Aber einiges doch, ja und auch dieses zwischenmenschliche, das war früher viel, viel intensiver, ne, weil du hast jetzt nicht die Möglichkeit, du hast, da gab es kein Internet, irgendwie Leute, die den ganzen Tag zocken oder was für sich was machen, ne, man hat es getroffen, ne, ja, wie sagt man so schön, man ist ohne auf die Straße und man hat sich getroffen und man hat miteinander etwas unternommen. Ja, also ich meine, die Leute oder mein Freundeskreis, denen kenne ich mich natürlich auch und unternehmen noch was mit denen, die sind aber auch aus meiner Generation, ich bin ja jetzt auch irgendwie kein, kein Mombi, also Smartphone-Zombi oder so, irgendwie so diese Generation, was weiß ich was. Na ja, mal schauen, wie sich das noch entwickelt und auch mit diesem paranoiden Schreien nach Digitalisierung, also ich weiß nicht, warum das so, warum das so ungrippig jetzt plötzlich jeder Paranoid danach schreit, was ist denn damit verbessert, was ist denn damit gewonnen? Meinst du jetzt, äh, was weiß ich, beispielsweise die weißen Flecken, die wir noch im Land haben, Mobilfunktechnik oder was meinst du? Ja, Digitalisierung, Industrie 4.0, ähm, Ministerium für Digitales, ja, warum, für was, also für was? Ja, ich bin 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 ja, ja, ich